Scheiße! Hast du den? Pock, Pock! Immer ins Gesicht. Das ist aber wirklich ein dicker Fleischer, Jungs. Manchmal kann man die Leute überreden, mitzumachen. Manchmal nicht. Äh, ja. Gehabt. Ja, weiss du nicht. Manche so, manche so, ne? Den Boss konnte ich nicht verschonen, irgendwie. Ach, wahrscheinlich musste ich ihn vorher richtig runterballern oder so. Obwohl, ne, eigentlich nicht. Ah, ich weiss auch nicht. Ich glaube, ich muss ins Bett. Gute Nacht. Das ist klar leis. Sowas weiß man doch, ob man ins Bett muss oder nicht. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ich eigentlich ins Bett müsste. Ein bisschen zeitlicher. Ich gehe aber nie eher ins Bett, weil ich dann immer wieder wach bin. So, Birke zuweisen. Der Schlachthof ist sauber. Schick deine Leute. Hey, kümmert euch nicht um die Leichen. Meine Jungs wissen, was sie damit machen müssen. Wenn wir die Distille zurückerobern, kann dieses vette Arschloch Barbieri nirgendwo anders mehr hin. Schön. Schlachthof gesäubert. Ich weiß auch schon, wo die Leichen verschwinden werden, nämlich in der Wurst, die da verarbeitet wird. Gott. Zu der Zeit hätte ich wahrscheinlich kein Gramm Fleisch gegessen. Außer ein Steak oder so. Thomas Birke kam als Kind in die Staaten, als sein Vater aus Irland flog, wahrscheinlich wegen der Rolle, die er dort im Bürgerkrieg gespielt hatte. Als sein Vater einem Herzinfarkt erlag, fing Birke an, illegal Schnaps herzustellen. Er betrieb die Schwarzbrennerei in ganz großem Stil und das fiel Sal Makano auf. Birke machte in der Mafia Karriere, konnte aber wegen seiner Herkunft kein festes Mitglied werden. Wie rassistisch, kein... kein Irländer oder was er ist, darfst er mitmachen? Ich habe eine Homo-Geschichte gehört, was in diesen Räumen passiert ist. Was? Homo-Geschichte? Jetzt schlubben. The fuck. Polizeidienstleiterin. Birks Verbündete Fiona Davidson kann die Polizei für kurze Zeit aus bestimmten Gegenden abziehen. Blaue Zonen werden entfernt und Verbrechen ignoriert. Um sie in der Einsatzzentrale anzurufen, wähle sie im Auswahlrat aus. Alles klar. Ihr seist welche. So, hier ist noch irgendwo eine Weste, die ist natürlich hier drinnen, ne? Natürlich ist die drinnen. Und sollte sie auch draußen sein. So, das ist hoffentlich einer von mir. Ja. Vor allem, weil ich sie ja schon aufgesammelt hatte vorhin. 36.000 Dollars Jens habe ich jetzt. Vielleicht lässt sich damit was anfangen. 31.000 von 50.000. Niki macht dort weiter, wo Danny aufgehört hat. Sie will das Schwarzbrenner-Geschäft wieder in ihre Familie zurückholen. Ja, darauf sollte man vor allen Dingen stolz sein. Raube die Cop-Bar aus. Ah. Stiehle den Lageplan der Schwarzbrennerei. Kriege ich dann noch mehr Geld für? Die Cop- Ich habe da letztes Mal schon jede Menge Federn gelassen. Ich kann mir das nicht nochmal leisten. Dass ich da wieder hops gehe. Ähm. Ich brauche Nachschub in Point Veldam. Komme schon. Nur einen Augenblick. Nur einen Augenblick. Fahre wenigstens diesmal bis an mich ran. Sonst habe ich bald wieder genug Material für ein Mafia-Fail- und Bug-Video. Wenn du was brauchst, zeig mir mal was du hast. Ich möchte, ich möchte, ich möchte gerne. Ähm. Pistole? Ich hätte gerne die schallgenämpfte Pistole. Die kann ich wahrscheinlich immer noch nicht kaufen. Warum als Gefallen von Burke? Ich habe doch schon viel für den getan. Was ist mit Gewehren? Die habe ich ausgerüstet. Die kann ich sogar kaufen. 26.000. Nochmal Munition kaufen. Munition ist schon voll. Okay. Und damit war es das schon fast wieder mit dem Ersparten. Kann ich noch bei den Pistolen irgendwie zuschlagen? Ne. 13.000. Da ist es schon wieder vorbei. Voll, voll. Neuthoff-Cocktails, Splittergranaten. Kann ich alles nicht erholen? Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Wir sehen uns. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Ich könnte hier in den Kasten noch so ein Teil anbringen. Aber das bringt mir auch alles nichts. Dann sehe ich hier, wo so eine Abhör- Bauteile versteckt sind. Aber tja. Wozu? Ja, das ist eine Schande. Das ist eine Schande. Ich meine, das sind ja Zustände. Ich meine, das ist auch wirklich die Bar, wo ich letztens fünfmal gestorben bin oder so. Das heißt, ich muss jetzt hier rein und das ganz schnell über die Bühne bringen. Da sind Bullen. Zwei Stück. Das Ding ist, ich muss die umlegen. Bevor... Ja, ich muss die umlegen, weil sonst sehen sie, wie ich einbreche. Okay, das hört sich nicht gut an. Kommt er? Kommt natürlich nicht. Zitat, das hört sich nicht gut an, aber kommen tue ich trotzdem nicht. Versuchen wir es nochmal, Junge. Das haben die anderen auch gehört. Top ich. Nein. Also die Steuerung, die Deckungssteuerung ist echt ein bisschen für ein Popo. Problem solved würde ich sagen. Das heißt, ich kann jetzt hier unauffällig einsteigen. Wird alles kaputt machen. Wenn das so glimpflich letztes Mal abgelaufen wäre. Aber nee. Aber warte mal, das ist das Falsche, ne? Ich muss wirklich da rein? Ich fäppeln? Das sollte ich nämlich letztes Mal hier kaputt machen. Habe ich nicht geschafft. Ja, ist ja großartig. Ist ja wirklich großartig. Ich muss mich wirklich um einen Polizeiknast kümmern. Also eine Polizeibar. Jesus Christus. Da ist ne Tür. Hoffentlich kommt jetzt nur der und nicht sämtliche Polizisten noch aus der Kneipe. Oder er kommt auch gar nicht. Er guckt einfach nur. Schlimmer als würde ich mit einem instrumenten Rasen als diese. Ich mach ihn alle. Du machst hier gar keinen anderen. Zack. Torch. Jetzt wird es interessant, Leute. Jetzt wird es interessant. Ich wünschte, ich hätte was anderes als eine Pistole mit. Ich habe auch keine Ahnung, ob das Sinn machen würde, nachts hier reinzukommen. Oh, jetzt werden sie noch ausräumen. Alles klar. Das war einfacher als gedacht. Ich könnte es ein armer Zeug vertreten. So, die Schadenszimmer haben wir ja sowieso schon erreicht. Das war also ein kleiner Schmanker. Alles klar. Um nicht zu sagen unnötig. Unnötig in Gefahr gebracht. Als Schwarzer, weil zu diesen Zeiten in der Polizei war und dann beim Clown erwischt werden. Ihr könnt euch ausmalen, was das hätte werden können. Ich brauche hier nur vorbeifahren und werde hier komisch angeguckt. Und ich sitze hinterm Steuer. Die Fahrzeugsteuerung ist also sehr gewinnungsbedürftig je nach Auto. Und das Auto ist sehr gewinnungsbedürftig. So süßes Kind. Ja? Du hast Karls Aufmerksamkeit. Er ist in der Sweetwater-Brennerei. Irgendeine Idee, was mich da drin erwartet? Er ist so ein Sumpf, Heini. Völlig ballerballer. Was glaubst du, wie der reagiert? Trotzdem könnte es sich lohnen, ihn in der Nähe zu behalten. Keiner kennt das Bayou so gut wie er. Ich schulde dir was, Nicky. Das kannst du laut sagen. Wer was wartet auf dich? Bin mal gespannt, wie du mit ihm klarkommst. Wie die Leute auch hier teilweise total leise vor sich hin stammeln. Das ist echt. Wie der Graslieferant im ersten Bezirk. Der hat auch die Zähne nicht auseinander gekriegt. Oh, der Motor läuft sogar noch. Faktisch. So. Ich würd sagen, ich fahr jetzt einfach. Liegt der auf dem Weg einfach gerade durch, oder nicht? Ich würd sagen, ich fahr doch nicht außen rum. Was ist denn los mit euch? Oh! Wenigstens sind die... Das hätt auch böse ausgehen können. Da wäre ich nämlich mit der Karre im Graben gelandet. Hier ist nicht das Kurvenverhalten von diesem Auto einfach ein bisschen komisch. Oh, ein Wachbosten. Nichts gegen Schwarze, aber du solltest gehen. Ah ja. Wo läuft der lang? Genau, Punkt genau zu dem Geräuschen, wo es herkam. Nichts gegen Verbrecherweise, aber du solltest gehen. Ha ha. Habe ich da wieder eingerissen. Liegt irgendwo Geld rum. Wahrscheinlich bei diesen netten Wachbosten. Der mir warum auch immer nicht angezeigt wird. Selbst wenn ich genau dahinter stehe. Ach, das ist ein normaler Typi, alles klar. Oder? Bist du ein Redneck? Kannst du mich umbringen? Nö. Ich vertraue mal dem Sichtsystem. Weil man da öfters auch mal total verlassen ist. Hier gibt es doch ein Türchen, ne? Ja, habe ich mir doch gedacht. So. So, wo sind denn die ganzen Gegners? Oh, kommst du hier rein? Guck dir mal deinen Kumpel an, der hat den leichten Anfall von Schwäche. Vielleicht möchtest du dich dazu legen? Abel zu. So. Tierisch aufpassen, nicht dass ich hier irgendeine Falle reinlatsche. So, da ist noch ein Wachposten. Da oben ist der Chef. Chef Omio. Und hier liegt noch Geld drauf. Oh. Und auch nicht wenig. Hä? Hab grad X-X gemacht. Hä? Wir haben hier alle einen Mörder entspannten Job, wa? Kommt mir auf jeden Fall so vor. So, wir gehen auch mal nach oben. Liegt quasi auf dem Weg. Jetzt sollten wir ein paar Vögel abknüllen. Kommt der hier lang? Nee, kommt er nicht. Guckt einfach nur aus dem Fenster. Was macht der andere? Ah, die stehen etwas ungünstig. Ich bin viel zu gut für diese Scheiße. Das war wirklich extrem gepokert. Hätte hier einer drin gestanden, dann wäre hier gleich wieder Halligalli gewesen. Schon wieder 11.000 Dollar. Jetzt müsste man nur Geld haben, um das... Jetzt müsste man das Geld irgendwie investieren können. Zum Beispiel eine Waffe, die man nur als Gefallen bekommt. Ich möchte mal wissen, wie man die Gefallen kriegt. Weil ich habe ja das Erste und das Zweite. Das Trick habe ich ja komplett freigeschalten mit allem, was geht. Und ich weiß auch nicht, ob man das noch weiter steigern kann, außer... Trucks stehlen bringt einfach nur Geld, glaube ich. Was ist der Problem? Das meinte, dass man mit dem Schlafen in den Lieferdäumen gehört hat, gehört er uns. Wenn du versuchst, Babi Jeri zu linken, findet der eiskalte Scheißer das raus. Heißt, der geht nicht nur dir und mir an den Kragen, sondern auch Mutter, Penny, den Kindern, allen. Nein, dem müssen wir jetzt so vorkommen. Sag dir... Was ist los, Junge? Und auch den habe ich einfach getötet. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich die Bosse hier nicht mehr verschonen. Es geht einfach nicht. Müssen einfach alle den Tod der Gerechten sterben. Gut, geputzt und bereit für deine Jungs. Hoffentlich steht sie noch. Meine Jungs sind auf dem Weg. Alles vorbereitet. Der Schlachter ist unterwegs. Zeit, den tollwünigen Hund zu erschießen. Es kommen auch immer nur zwei Leute mit je vier Leuten, äh zwei Leute, je zwei Autos mit je vier Mann, um diese Einrichtungen zu beschützen. Und wie hat es Mr. Clay geschafft, dass Thomas Burke, Vito Scaletta und diese Frau namens Kassandra zusammenarbeiteten? Er hat alle eingeladen. Zu einem Treffen in einem alten Plantagenhaus unten im Bayou. Als dann alle versammelt waren, erklärte er ihnen, wie er Marcano zur Strecke bringen will. Lincoln kann sehr überzeugend sein. Ja, das stimmt. Wie man an meinem dicken, fetten Messer sieht, kann ich sehr überzeugend sein.